Hallo Jungs, ich bin Dusko Peserovic, Adam Ismaili und wir tippen heute den 16. Spieltag der Bezirksliga Nord. Also kommen wir zum ersten Spiel, Herr Ismaili. Ja, Peserovic. Glashütte gegen Thurakseide. Ja, ich schätze Thurakseide sehr stark ein. Glashütte ist ein Aufsteiger oder keine Ahnung, wie lange die schon in der Bezirksliga spielen. Ich würde tippen 2-0 für Thurakseide. Ja, aber Glashütte ist zurzeit nicht schlecht. Die haben die zweitmeisten Tore geschossen, Adam. Aber Herr Ismaili muss gewinnen, ich sag auch so. 3-1. Okay, zweites Spiel. Berne gegen Post. Ja, das ist ja mein alter Trainer, Ex-Trainer, der Billige, wenn ich mir nochmal sagen darf. Ja, ich hoffe natürlich, die verlieren Berne. Mag ich nicht, unsympathische Mannschaft. Geht immer auf die Beine und so. Spiel 0-Fußball. Also hoffe ich mal für eine schlechte Mannschaft wie Post SV, dass sie mal 2-1 gegen Berne gewinnen. Ja, das sehe ich genauso. Ich mag Berne 0. Die haben nur getreten. Ja, aber Post hat da keine Chance, sag ich. Tut mir leid. Berne gewinnt, sag ich, ich will schon 4-0. Zu viel Gegentore. Ja, Berne gewinnt. 4-0 sag ich. Obwohl die verlieren sollten, aber egal. Okay, drittes Spiel. Bramfeld 2 gegen Barmik Olnus 2. War ein knappes Spiel. Ich sehe beide auf dem gleichen Level. Bramfeld hat ein bisschen nachgelassen, im Gegenteil zu letztem Jahr. Ich würde mal einen Unentschieden tippen. 1-1, 2-2 irgendwie so. Ja, das Spiel würde ich aushoffen. Obwohl jetzt ein neuer Trainer gerade da ist bei Bramfeld. Aber ich sag, Bramfeld gewinnt. Mit Mo Kahle, der spielt gerade in der zweiten wieder. Ja, er ist ein Knipser. Ich sag so, 2-0 für Bramfeld. Okay, dann sind wir mal eins. Oh, jetzt gerade noch ein Derby. VfL 93 gegen Paloma 2. Ja, VfL 93 haben wir mal ein bisschen Unruhe. Bin den ganzen Spielern da. Das kann ich jetzt nicht genau beurteilen, wie das da jetzt so weiterläuft. Deswegen weiß ich nicht. Paloma spielt auswärts. 2-1 für VfL 93. Ja, sagst du so knapp? Ja. Oh, ich sag, Paloma ist so schlecht für diese Liga, die sollen endlich raus. VfL gewinnt Loisac. 4-0. Diese Frust aus der Seele schießen. Ja, doch, 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 doch. Wenn ihr da 3-0 gewonnen habt, dann... Da hab ich auf dem Ding geholfen. Du weißt. Okay, nix ist hier. Aber stopp, das will ich an. Warte, warte, nein, nein, das ist noch nicht. Doch, doch. Nein. Ähm, Condor 2 gegen Germania Schnellsen 2. Das kommt nachher als Schluss. Achso, Condor gegen Germania, tippe ich auch unentschieden. Ja? Ja, 1-1. Ball ist nicht gleich. Ja, aber Condor ist, glaube ich, ein bisschen besser, so zu Hause auch und so. Ich sag, 2-1 Sekunde. Ja. Okay, jetzt kommt hier. Urania gegen Werlingsbüttel. Beide schon sind Totenmannschaften. Werlingsbüttel haben wir leider nur 3-3 gespielt. Aber, ja, komisch, so viel Unentschieden tippe ich, ne? Ich tippe trotzdem da auch vom Unentschieden. Werlingsbüttel gegen Urania. Nein. 10.45 Gramm. 1-1. Werlingsbüttel hat keinen Bock, bestimmt. Ja, Urania schießt viele Tore, aber kassiert noch viele. Okay, uns haben sie irgendwie vier Tore geschossen. Weiß kein Mensch, weiß kein Mensch, ich schwöre. Ähm, ich sag, 1-0 für Werlingsbüttel. Äh, für Urania. Okay. Okay, jetzt kommt hier. Machen wir erstmal dieses Spiel hier oben. Ja? Ja, ja. Okay. Bergschied gegen Uha Adler. Ja, zu Uha Adler muss ich jetzt ein paar Dinge sagen. Erstmal Maxi Möhring, du bist der Billigste. Nein, nein, das stimmt. Aber nein, Spaß. Ein Ball hast du Weltklasse gehalten. Uha Adler kann sich bei dir und bei Duschko bedanken, bis jetzt, für die gelaufene Saison. Also, ich weiß nicht, die haben einen überragenden Zehner mit Duschko, und habt ihr da schon gespielt? Nö, nö. Bei euch? Bei euch aber? Ja. Achso, die haben so einen kleinen Grandplatz. Ja, aber Uha Adler kann nicht. Und die haben eine gute Abwehr, so zwei lang. Ich sag, wir gewinnen da so 2-0. Achse Möhring. Achse ist da. Nein, nicht nur Maxi Möhring. Unsere ganze Mannschaft ist gut. Jungs, wir sind schon seit 13 Wochen Tabellenführer. Ja, glücklich Tabellenführer. Ja, ja, glücklich. Ja, glücklich. 14 Punkte. Jetzt lesen wir mal über die überragende Mannschaft hier. Okay. Letztes Spiel. Haibitz gegen Eintracht Lokstadt. Derby mäßig. Ja, ist schon. Im Kreis ist schon in der Nähe. Oh, erzähl mal für euch. Wieder unentschieden? Ne, ne. Das wird ein klarer Sieg für uns. Für mich und meine Jungs. Wir sind alle heiß. Wir haben den zweiten Platz noch vor uns. Sechs Punkte nur zurück. Ja? Also hoffentlich holen wir die noch. Ja. Ich tippe mal 4-0, drei Tore Ismaili. Na, wirklich? Ja. Wie drei Tore? Du spielst doch gerade. Doch. Eine Frage. Haibitzle Trainer, hallo. Warum spielt Tama nicht? Ja, die Frage ist berechtigt. Ja, warum spielt der Junge nicht? Ich sag aber, ihr gewinnt gegen Lokstadt nicht so toll. Obwohl, Leo. Leo, ich grüße dich. 3-0. Für uns. Ja, für euch. Ja, der macht Tore. Ismaili, Heinz. Ein Cem Müller. Und einmal Tama Dönmez. Ja, die beiden wollte ich noch mal grüßen. Tama und Cem. Hallo. Tama, vergiss das Grau, mich nächstes Mal bitte nicht rauszunehmen. Ja. Ja, das war der Abschluss, ne? Jungs, das war der 16. Spieltag der Bezirksliga Nord. Ja. Ich grüße alle Elbgeek TV Leute. Und Axel, ich grüße Axel nochmal. Ja, ich grüße dich auch, Axel. Du bist der beste Torwart. Ja. Ciao, Jungs. Ciao.